Hallo und Willkommen zu Let's Play Together Minecraft Nr. 40. Wir haben uns heute vorgenommen, den Weg, den wir letztes Mal gebaut haben. Also ich. Ja, den du gebaut hast. Dass wir uns über diesen Entscheinen machen. Also ein Minecraft. Dass wir schneller rüber können. Damit wir laufen müssen. Das heisst, wir müssen jetzt zuerst mal Schienen machen. Und ich muss dir das Easy einschnelzen. Ja. Äh, Eisen. Vielleicht erzähl ich. Eisen? Aha, Eisen haben wir doch schon oder? Gold hast du noch? Genau, Gold ist es. Sticks, so, haben wir Sticks? Hast du noch Sticks? Äh, ja, 22 Dachers ja. Okay. Äh, die Crafting Table sind ja da. Wir sind schon mega lange noch mit diesem Haus gewesen, habe ich gerade gemerkt. Also ja, lange. Ja, schon länger. Also wir haben jetzt schon lange nicht mehr gecraftet. Wie viele Leitere brauchen wir eigentlich etwa? Äh, ich sage immer Leitere, ich meine Schiene. Ähm, schaust du, dass es auch noch genug hat für das Gold? Was genug? Was genug? Geht für Goldschiene. Ähm. Wie viele Goldschiene sollte ich jetzt machen? Ich weiss es nicht genau. Ja. Ich mache mal... 12... Oder wollen wir noch mehr? Wir könnten ja beim Start immer 5 und dann in der Mitte noch 2, oder? Ja, das könnte sein. Okay, dann machen wir mal 5. Nein, das will ich nicht. Äh, noch 5. Äh, und normale... Ja, wir könnten ja später noch machen. Ich kann jetzt 1 Deck und 16. Mhm. Okay, das reicht sicher nicht. Ja, schneller. So kann ich... So, jetzt nicht mehr. So. Okay. Ach so. So. Da ist mir dann der Rufzock und dann... Und dann... Dann kann man da den Schalter dran machen. So. Bang. Du mal die erste... Aha, Goldschiene hast du... Weisst du das funktioniert? So. Gold...ja, das sehen wir dann. Goldschiene hast du schon? Ja. Mein Inventar geht nicht mehr. Fail. Eben Goldschiene hast du schon, oder? Noch nicht. Ich habe ihn schon gemacht, aber... Kannst du nicht einsen? Das stresst mich jetzt. Ich kann nicht mehr anklicken in meinen Inventar, warte rasch. Hm. Fail. Ja, Fail. Üuuh. 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 Anmelden. So. Jetzt geht immer noch nicht. Ah. Ich weiss wieso. Nein. So kann ich noch. Und mein Inventar ist kaputt. Haha. Ill. Hä? Es ist ganz komisch. Wenn ich etwas in den unteren Dings anklicken. Nachher gehts... ...gehts runter. Du Minecraft mal ganz schliessen. Super während dem Let's Play, oder? Ich fülle hier ein wenig. Oh shit. Irgendetwas ist falsch. Es ist ganz brutal. Slow motion. Hast du einfach gedrückt? Nein. Nicht Minecraft. Kannst du den Pizzamap kratzen? Haha. Das ist jetzt super. Aber eigentlich... ... Ja, ja. Also ich gehe da mal ein wenig... ...wollen wir etwas über das neue Projekt erzählen, das wir eigentlich vorhätten? Nein. Du meinst dein Projekt? Nein. Oh. Genie. Es geht wieder. Trine. Ah. Trine. Ja, genau. Mit dem Exitus. Hat er überhaupt schon zu gesagt? Ja, wenn es einem so wie in der Demo so ruckelt. Ah. Okay. 3, 4, 5. Ja, es geht. Wirst du mir vielleicht auch ein paar geben? Okay, dann kann ich es von der anderen Seite anfangen. Einfach 5. Ja. Moment. Und es reicht hundertprozentig nicht, was ich bis jetzt gemacht habe. Äh... Goldschöne bräuchte ich. Ah ja, stimmt. 5. Ich habe jetzt noch genau 2... Wann ist etwa die Mitte? Ich weiss nicht. Also wir haben jetzt noch... Eigentlich haben wir ja mal über das Projekt noch gesprochen, oder? Ja, genau. Über das Projekt. Eben, wir machen ein neues Let's Play von Trine 2. Wir haben schon mal das letzte Test gemacht von der Testversion. Von der Demo-Version, ja. Ja. Und jetzt machen wir es von der richtigen Version. Wenn es geht. Wie meinst du, wenn es geht? Wie meinst du, wenn es geht? Um Exit-O-Serb. Ah ja, ja. Ja, sonst machen wir es halt als Zweiter. Wir machen es auf jeden Fall so oder so. Schwimm, schwimm. Und ja, die, die es interessiert, könnt ihr ja dann mal schauen. Okay. Und wenn ihr das Game nicht kennt, könnt ihr auch mal eben unser Let's Play von der Testversion anschauen. Dann seht ihr mal, um was es etwa geht. Und... Ich habe gerade ein Zeichen gemacht. So. Geht das. Und das Main Card müssten wir dann auch noch machen. Stimmt. Ja, das können wir dann schauen, wenn es fertig ist. Dann einfach mal so ein bisschen auffüllen. Es lässt wahrscheinlich so eine Lücke drin. Ah nein, nicht normal. Können wir das so machen? Im jeden Fall. Check. Und wieso ist jetzt das nicht anarbeiten? Oh, ich habe keine mehr. Ja. Ich komme halt selber noch schnell machen. Was machen? Schinnen. Ah, ich habe auch keine mehr. Wie viele fehlen noch? Kannst du mal schnell etwas schätzen? Ich schätze mal etwa ein Stack. Mindestens. Ich habe, glaube ich, noch nie Schinnen gemacht. In der ganzen Minecraft-Barriere. Du musst... Du musst sechs... Also drei an beiden Seiten aussen dran. Eisen. Und einen Stick in der Mitte. Einen Stick? Ja. Wo bist du? Im neuen Haus? Ja. So. Einkommen! Da ist immer noch das Creeper-Loch von letztem Mal. Könntest du mal etwas ausfüllen? So. Da. Zwei. Drei. Ne. Brauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe keine Stick. Aha. Und Eisen. Ah, Eisen. Habe ich auch. Jetzt hast du noch mehr. Fünf. Oh, ich bin zu schlecht im Verteilen. Was Verteilen? Von Eisen. So, jetzt sind alle sechs. So, zwei Stacks. Gibst du mir eins? Lange das? Mal schauen. Das machen wir nochmal. Oh, ich könnte noch einen Stick brauchen. Da und da. Oh nein, das sind meine Eisen. Uah. So. Juhu. Nein, Scherz. Zwei. Da und da. Wieso nochmal Sticks? Okay. Ich gehe mal zurück. So. Mhm, mhm, mhm. Die braucht es halt auch. So. 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 Und so. Hast du etwa die Mitte schon markiert? Nicht. Ich habe jetzt einfach irgendwo die zwei gemacht. Es sollte schon gehen. Ja. Bist du gleich fertig mit deiner Bahn? Ja. Und es hat perfekt gelang. Ich habe jetzt genau keine einzige Schiene mehr. Und ich habe genau noch 26. Und jetzt kann man schon mal fahren lassen. Ja, haben wir ein Minecraft? Ja. Ich habe zwei gemacht. Hehehe. Gut. Uiii. Und? Hast du bei dir auch alles fertig gemacht? Ja. 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 Da habe ich es runter und da habe ich es runter. Mal schauen, ob es geht. Ui. Ich setze es dir hin und ich möchte die Bahn eröffnen. Okay. Aber dann muss man es an der Minecraft geben. Und zack da. Und jetzt los. Ui. Ähm. Die schön ungeladene Welt. Auf beiden Seiten. Oh, da wird es langsam. Schaffen wir es? Ja. Ja. Es wäre vielleicht besser, wenn wir noch etwas mehr... Hat es überhaupt noch Gold? Nein. Ah doch. Es geht Schluss jetzt. Uh, langsam. Ein Creeper ist im Weg. Uh, erstes Unglück im Wasser explodiert. Ja, es wird wirklich mega langsam. Das sollte man nice machen. Ich habe sogar noch Gold dabei. Du willst mir jetzt aber nicht entgegen fahren? Nein. Nein. Ich habe es einfach mal wieder platziert. Ich werde es einfach immer gerade so platzieren. Wow, schau, wisst ihr da? Ein Skeleton Rider. Wo? Dort gerade am Untergang. Am Untergang? Ja. Ah ja. Aber die sind aus stark. Die greife ich jetzt nicht an. Ich mache nochmal Gold in diesem Fall. So. Und jetzt verteilen wir sie einfach etwas verteilen. Oder? Ja, das können wir machen. Aber du musst sie stiessen. Wenn es nicht einfach so stehen lässt. Uh, das geht schnell. Was? Sollte ich es mitnehmen? Nein. Ja, kommt drauf an. Ja doch. Sowieso. Ja. Ja, das ist wirklich. Da muss das sicher bei meinem ersten Checkpoint. Da muss noch 1-2 Height auf der anderen Seite sein. Nein, schau, ich mache es jetzt einfach so. Ich werde jetzt auf der ganzen Strecke ein paar verteilen. Ja, nein. Das ist nicht unbedingt. Ja, dann musst du überall wieder einen Redstone-Fackle eintun, gell? Ja, habe ich ja. Ich habe jetzt extra gemacht. Die Welt sollte ein wenig laden dort. Ah. Und da bremst es auch noch. Ah, etwas trifft mich an. Und ich weiss nicht, ob ich ein Schwert dabei habe. Und darum verte ich jetzt mit meiner Dingsbums-Hacki. Uh, ich komme dir zur Hilfe. Wie heisst die? Spitzhack. Auf Englisch hat es immer Hauke heissen. Feldhacker heisst es, glaube ich. Uh, schau, hier haben wir einen Zombie. Fuck. Was? Blöde Zombie. Wo ist er? Oh, hier. Greifen wir noch. Uh. XP. Mit dem Schwert macht man One-Hit bei diesen Kerrenchen. So, jetzt noch zwei habe ich. Dann machen wir da noch eins hin. Warte mal. Warte mal. Gegenverkehr. Ui. Nein. Haha. Kannst du mich abschliessen? Ui. Bei mir sieht es mega falsch aus. Du sitzt gar nicht mehr drin. Ja, das ist voll. Ähm. Das kann man ja anschauen. Aha. Ja, jetzt ist es nicht mehr gross. Warte mal schnell. Ich mache es glaube ich hier. Hey. So. Können wir es nochmal ausprobieren. Okay, ich probiere es erst aus. Da. Drei sitzen und ich würde auf die Seite gehen. Blöde. Und los. Das ist jetzt nicht. Ich hoffe nicht. Sie sollten es mal so machen, dass es nicht immer so ausgibt, wie wenn du durchlaufen wenn du im Minecraft reinfährst. Das sieht in dem Fall behindert aus mit den Armen. Ein Skelett ist auf der Schiene gespielt. Ja, ich kann es sehen. Schnell zurückfahren. Wo ist es? Ah. Ah, dort hinten. Aber es funktioniert. Habe ich vielleicht einen Zielbogen dabei? Ja. Ich nicht. Geh weg. Puh, jetzt habe ich Glück. Oh, dort ist nochmal eins. Was macht dein Skelett da? Ja, es ist Nacht. Creeper! Oh. Er war im Wasser. Wir sollten glaube nicht einfach so in der Nacht. Hier rumfahren. Schon wieder Creeper. Und Skelett. Und ich bin fast tot. Ich auch. Jetzt bin ich wirklich fast tot. Ich war schon vorne fast tot. Ja. Ah, ich gehe ins Wasser. Nein, ich frege. Ich wäre jetzt auch fast verreckt, aber wirklich so knapp. Wo bist du? Ich schaue dir gerade zu. Ich bin im Haus. Schau, wieder ein Kreuz unter dir. Aha. Ja, unsere Welt. Was, Kreuz? Wo Kreuz? Ich sehe kein Kreuz. Nein, andere hinterher. Andere Seite. Wo siehst du das? Schau. Ach, da vorne ist einfach ein Skelett. Wo? Ah, dort. Und zwei Skelett und einen Creeper sogar. So ein Zeich. Ich gehe gut tauchen, dann sehen sie mich nicht. Also, ich gehe mal wieder hier hin und schaue, ob es etwas zu essen in der Kiste hat. Mhhh, am verraten zu Fleisch. Also, die Minecart-Bahn ist schon mal nicht geeignet für Nacht. Ja, wir müssen ein bisschen mit Fackern beleuchten. Stimmt. Es ist vor allem scheiße, dass sie gerade darauf was müssen spawnen. Ist das einzige Land halt in der Nähe. So, der Tauchgang beendet. Wie lange geht die Folge noch? Ja, sie werden langsam rum. Also, sagen wir mal Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.